Chiwanka der Durlip. Makifane Nuna. Etwas im Wert von 507 Millionen gekauft. Soll ich das machen? Warte, was ist da los? Hör auf damit. Bist du blöd geworden, ha? Ein Kind von Mike gibt's gekriegen. Was? Schon wieder. Der ist dabei aufhören. Ihr Ziel war ja, pass auf. Fünf Kinder, um Gottes Willen. Aber ich kann sie auch mit daheim. Telefon. Bei wem? Um Gottes Willen. Ach so, bei ihm. Die Mitputzgelegenheit. Ich frag nach. Bleib wieder raus. Die Jenny abschmusen. Hab grad Zeit dafür. Muss arbeiten. Pass auf, ich wollt los für 500 Koffer. Irgendwas mit Speiser. Outdoor Aktivitäten. Das ist... Das ist... ...Sportset. Football. Ein Fußball, ha? Warte, das ist nixig. Da her. Aber der hat was Rücken von... 500. Er wollt was für 500. Eine Wachsrutsche. Eine Wachsrutsche. Was ist denn das? Oh Gott. Ach so, ein Pool. Braucht keinen Pool. Zumindest ist er noch weg. Er ist Auto. Das ist ungeheuer. Oder das ist er? Ach so. Auf dem Parkplatz gehört das. Aber ja. Dachdekoration. Was? Brauch ich nicht. Was könnt ihr denn brauchen? Einen Grill hab ich schon. Vielleicht. Pass auf. Wie wärs denn? Ach so. Die Stoffe allein plus 300. Massagetisch. Wie schaut denn der aus? Ach so. Die Stoffe allein plus 300. Der schaut so aus. Allerdings hab ich komplett dafür. Ein Zeichentisch. Pass auf. Ich weiß. Ich kauf mir. Ein Ding. Oder wie wärs denn mit dem Fernseher? Pass auf. Ist denn das möglich, wenn ich mal über den Kamin einen Fernseher hänge? Das dann vielleicht da her? Das Ding weg geht's. Fernseher. Haben wir? Da rein nicht. Nein, da rein. Fernseher. Da nehm ich irgendwann einen Flauchbildschirm. Was ist denn das? Oh Gott, der hängt von der Dickenschule. Achttausend. Oh Gott. Der wird zu teuer. Scheiße. Ich wollt den da hinbauen. Scheiße. Geht nicht. Ich kann den Kamin aufzeiten tun. Moment zurück. Schock. Wieder her. Ich brauch irgendwas anderes. Für 500 hat er gesagt. Pass auf. Ich nimm irgendwas Deuers. Eine Skulptur oder so. Oder Betel. Einen Picasso, pass auf. Der ist ja schön. Da her. Heckt das. 550. Gut. Und somit erfüllt. Moment. Vorher drum. Der hat leid. Dieser scheiß Telefon immer noch. Bitte keine Warzen. Was? Was? Was möchte ich? Der Frösche? Ich hab keine Frösche. Die Koller hat keine Frösche. Die ist ja schließlich Schriftstellerin. Schreib Bücher. Fragen. Mal mal schauen, was er treibt. Wo ist denn die, ha? Achso. Die ist da drin. Scheiße. Bildungskarriere starten. Was heißt denn das? Ja gut, solange die nicht da ist, geh ich in den Park. Pass auf, dann tue ich halt. Einen Teller nehmen. Wurz mal speisen. Der Rodney. Der Harold. Der Richie Mai. Und auch ein Tourist. Der Erasmie. Wahrscheinlich aus Ägypten. Dann begrüßen. Er tut das schon wieder zocken. Das weiß ich. Moment. Wollen wir noch schauen. Das geht nicht so weiter. Und sie tut flirten schön. Hör auf damit. Modegeschmack beleidigen. Bedarf. Dass es auskommt. Was ist denn da los, ha? Cool. Hör auf damit. Na los. Ja, können wir den jetzt umstellen, ha? Das war das auch. Du quatsch nicht lang, Massimi. Moment. Was ist das denn? Was ist denn das denn Grauch? Geh rauf und spiel da. Schau mal. Ach, die Kalle ist aber auch schön. Zucken. Nichts zucken. Es wird jetzt geschrieben. Und zwar schreibe ich ein Sachbuch. Bens Fahrradbuch. Jawohl. Und sie mag jetzt? Was möchte sie? Eis und Spaghetti essen. Ich darf da auch fahren. Trainieren. Tut mir leid. Im Moment nicht, weil die Sonne scheint. Sonst kriegt er wieder einen Herzinfarkt. Papierkorb. Ob ich kann, ha? Da ist ja einer. Ja, pass mal auf. Wie muss denn die Arbeiten haben? Im Dienst. Ja und? Die Jenny ist im Dienst, aber wie mache ich das? Ach so, ich arbeite im Salon schon. Scheiße. Das heißt, ich muss in den Salon. Oder ich habe einen Heimsalon. Dann kann ich noch einmal arbeiten. Habe ich aber nicht. Tätig. Ich kann noch einmal arbeiten. Aber das heißt, ich muss eine. Job erledigen. Geh mal da hin. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Wer denn? Da schauen wir auch wieder, ha? Dann habe ich heute die Hucke voll. Mikey? Jetzt musst du mich befragen. Auf geht's. Immer noch zwei Tage beim Hubertus. Scheiße. Und die Aufnahme soll ja so lange dauern, bis der Hubertus gewachsen ist. Da noch einen Moment. Er wollte aber was sprengen, aber Smurf. Beim Landgrab. Der war da, der. Schau mal hier. Etwas Unfug treiben. Okay, die Kalle hat weitere Kapitel abgeschlossen. Beim Fahrradbuch. Mode ist alles. Im Sommerlock. Aktueller Job. Was tut denn die? Was tut die da? Leitberaten, ha? So gut. Soll ich sie machen. Und ich bin jetzt beim Landgraab, gell? Bei seinem Kruschandl. Oh nein, der Aufdruck. Komm gleich. Hier, komm gleich. Stein mal. Schnell mal hier absuchen. Van Watson. Kommissionsprofi. Und, das ist auch ein Buse, fertig, oder? So ist es nicht gegangen. Was ist das? Paparazzi, ja? Pass auf, ich muss ein bisschen plaudern. Oh, das ist er. Bisschen flirten, Schutten hier. Ich bin ja ein unwiderstehlicher Vampir. Fabrina Finkler. Was? Mit dem ich da noch borden? Was ist die? Was ist die? Warge? Okay. Oh, singel ist der andere. Wo treibt denn sie? Die Madison. Oh, das ist der Herrschi. Der Kohl geht ohne. Und der Kohl hat den Ruf als Betrüger. Er hat ihn zurückgekommen. Humpel, geh. Bis gleich fällig. Bisschen flirten geht immer. Bauch der Vampir genauso. Wie wärst du mit deiner Umwandlung, ha? Guck mal. Guck mal. Gleich konntest du das. Du hast deine gute Gerichte. Du schaue her, die ist nicht offen. Überhaupt nicht spontan. Der ist Rennviech. Und ich könnte mal schauen, oh da noch stinkt, könnte nirgendjemand an Hubertus die Windel wechseln? Die ist voll geschissen. Seine Nix ist in Arbeit. Ach toll, ein Job, was soll ich denn machen? Neue Alltagskleidung. Wie mache ich das? Ach so, ich soll ein Ding anbieten. Ein Umstyling anbieten. Die Holly. Pass auf ein Umstyling, geh mal her Baby. Ich mach die zur Vogelscheuche. Was ist denn das? Der Bigfoot. War deine Wildsau. Hm, Jambu Zapnoar. Et ne blasagabu. Bis zum nächsten Mal.